Pause in Nürnberg und falls Sie gerade was zu essen auf dem Tisch haben sollten, unterbrechen Sie mal einen Moment. Hier kommt Geschmack pur und eben nicht, wie Sie vielleicht vermuten, aus der Nürnbergkurve. Nee, das ist der Animateur der Lübecker Busladung, die hier gut 800 Kilometer weit angereist war. So was hat selbst sie in 103 Jahren Clubgeschichte wohl noch nicht erlebt.